Letzter hineingegangen, alle Pferde in den Boxen und alle wieder draussen. Preis der Alurex Soledad AG und der Alurex Kind AG. Da übernehmen erstmal zwei Schützlinge von Miro Weiss die Spitze. Das ist Schablonien Gelb, dahinter die Nummer 5, Tiger Arc. Und dann kommt Rock Glory, die Favoritin. An vierter Position ist es Ayala und um Anschluss bemüht Clint Day. So kommt das Feld in den Schlussbogen bereits. Der erste Bogen ist auch gleich der letzte mit Schablonien Front, dahinter Tiger Arc, gefolgt von Rock Glory. Die Anschluss hat etwas weiter zurück Ayala und an letzter Position Clint Day. So kommt das Feld jetzt dann gleich in den Einlauf. Karin Svanen lauert, um vielleicht innen durch angreifen zu können. Geht jetzt doch auf, oh, ein Riesensprung von Tiger Arc über den Wegübergang. Und jetzt kommt der Angriff von Rock Glory. Rock Glory wird immer schneller, aber Tiger Arc ist in Front. Tiger Arc oder Rock Glory. Rock Glory geht in Front. Rock Glory mit Karin Svanen. Rock Glory ist hier die erste Siegerin bei den Zweijährigen. Rock Glory vor Tiger Arc. Dann folgt mit gutem Endspurt Ayala, gefolgt von Schabloni und Clint Day. Aber tolle Leistung.